Okay, was soll ich jetzt sagen? Äh, eins, zwei, drei. Oh, eine Brücke. Wir bauen eine Brücke. So, dann kommen wir bis dahin. Kommt jetzt nach jedem Ding so eine Sequenz? Scheinbar ja. Dann brauchen wir noch den Kreis. Das nennt man Kunst. Ach, cool. Okay. Wo braucht man das denn hier? Das wird sich sicher noch erklären. Lassen wir ihn hier rüber und das nochmal kratzen. Ich weiß nicht, was heute los ist. So. Hier waren wir noch nicht. Ach, nochmal der Fahrstuhl. Und wir haben ja das volle noch. Ich stecke das da rein. Und ziehe mir den Bebel. Ich mag den Fahrstuhl. Auspacken. Laufen. Laufen. Wow. Wow. Wir flehen alle um Gnade. Ich habe gerade jemanden atmen gehört. Irgendwer von denen wird mich anspringen. Nein. Das überrascht mich jetzt. Das überrascht mich jetzt. Wenn ich in der Maschinen room bin. I remember having felt the sensation of being closer to the truth. From here I would finally manage to unlock the entrance of sculptor's subconscious. I have been recollecting fragments of his memories during this journey. It's curious how our minds picture certain concepts in the form of tangible objects. It's something that, in spite of fencing and regularity during my investigations, I still can't get used to, no, I still can't get used to it. Every memory of sculptors that I had in my power was part of the mansion. I can't really, I can't really. Even while I couldn't read them directly, I may be able to use them to feel the potential representation of some motifs and instincts. Yeah, it's actually just that thing, what we're doing, what we're doing. And it's actually... ...Seltzer. Äh... ...Items. Zack. What is that? What's that? Wow. That's a bit of a mess. Ah, I... I... I don't know what that is. I don't know what that is. Hey. Wie dumm is that denn? Ach so. Hier, at wema-technologie. Nice. So, where is this? Wunderbar. 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 So, uns fehlen jetzt noch... ...zwei. Eins ist im Fahrstuhl. Das muss ich zurückholen. Muss ich nochmal durch diesen Raum, Alter. Irgendwann wird's uns noch anspringen. Das werde ich mit euch. Bitte lauf einfach durch. Ich lauf einfach durch. Ich renne bitte. Irgendwann springt uns noch was an. Das Schöne ist, wie sie noch atmen im Hintergrund. Hier ist kurz zurück. Das brauchen wir. Und dann brauchen wir noch einen. Kann das sein, dass es immer dunkler wird, wenn wir die Teile aufheben oder einstecken? Ich bin irgendwie so ein bisschen im Gefühl oder keine Ahnung. Dann ist letzter. Das sind wieder nackte Kreaturen. Das ist aber cool. Ich finde, das sieht echt cool aus. So. Die grüne... Ne, die gelbe Paste. Die gelbe Paste. Es ist Honig. Honig betreibt natürlich die Maschine. Ich weiß auch nicht, warum das Honig sein soll, aber... Ich muss irgendwas sagen. Sonst fühlt sich das LP so leer an und dann... Ich meine, das Spiel ist... ...gut. Ich finde es momentan aber gar nicht gruselig, was ich... ...positiv finde. Weil ich bin, wie gesagt, ich... ...bin eigentlich überhaupt kein Horrorspiel-Spieler. Ich schließe rein. Tschüss. Was muss ich machen? Was muss ich jetzt verhandeln? Ich gehe einfach mal zurück. Jetzt... Ich würde gerne ein bisschen schneller hier durchlaufen, doch... ...ich würde gerne ein bisschen schneller hier durchlaufen, doch... ... ... ... ... ... ... Was ist das denn ernst? Boah, wie? Was hat sich jetzt aufgemacht? Boah, ist das fies! Was? Die atmen halt auch noch, gell? Ist das dein ernst? Wo muss ich denn hin? Das ist so unangenehm. Ah, gut. Wisst ihr, was ich gut finde? Dass ich den Trailer gesehen habe. Und im Trailer kommt eine wichtige... ... ... so früh habe ich nicht erwartet. Okay. Stay away from the Spears. Ich verstehe. Fuck! Das ist cool. Das ist verdammt cool. ... ... Also der war jetzt wirklich nicht nah. Das ist irgendwie... ... 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